So, hier habe ich ein Spiel Brains. 50 knifflige Denkpuzzle. Ich habe es noch nicht ausgepackt, weil ich hatte es einfach mal irgendwo drinnen. Ich glaube in irgendeiner Überraschungsbox oder in so einer Überraschungstüte glaube ich. Ist jetzt nicht so ganz, ist jetzt nicht so. Also, ja, meine Thematik, diese 0815 Games, ich bin eigentlich mehr so, wenn es um Zombie Fantasy, Science Fiction oder ähnliches geht. Ja, ich werde euch das einfach nur mal zeigen, was hier drin ist. Hier sind so ein komisches gelbe Figürchen. Dann haben wir hier die Anleitung, welche wirklich sehr, also es scheint ein wirklich sehr primitives Spiel zu sein. Dann haben wir hier die Smile Marker. Erste Hinweise. Also, das ist jetzt nicht so ganz mein Spiel, glaube ich. Was haben wir hier? Was ist das? Ich weiß es nicht, was es ist. Das sind auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was ist ehrlich zu sein. Ich habe es jetzt auch nur ein einziges Mal ausgepackt. Ich werde es wahrscheinlich in den Schrank legen und nie wieder anfassen, dieses Spiel, weil es einfach mal gar nicht meint ist. Mal gucken, was hinten drauf steht. Vielleicht erklärt sich das dann schon selber. So. Brains. Make me smile. 50 knifflige Denkpuzzle zaubern ein Lächeln auf ihr Gesicht. Na, ich weiß ja nicht. Platziere die Smiley-Figuren auf den richtigen Feldern und bringe alle Gesichter zum Lachen. Okay. Okay, also das ist ein Spiel, das brauche ich definitiv nicht. Ich wollte es euch nochmal gezeigt haben. Ich kann es euch auch nicht erklären, was es ist. Was man da machen muss. Auf jeden Fall bin ich eher ein grimmiger Typ. Ich will gar nicht lachen. Also wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Bis dann. Bis dann.